I'll call you never seem to be home Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich finde den Kill sieht einfach verdammt gut aus Und wenn ihr auch irgendwelche Kills, Wins oder Fails für mich habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr eine Beschreibung findet, wie ihr mir auch diese Kills, Wins und Fails der Woche einsenden könnt und ich dir dann auch einen Video verpacke Statt auf alle für euren Facebook, Twitter und Instagram vorbei, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, bis zum nächsten Mal und ciao